Als ich mein erstes Schiff kaufte, war es ein großartiger Moment. Am 1. April 1992. Ich weiß noch, wie ich vom Notar kam und das Schiff sah und wusste, jetzt ist es deins, mit 21 Jahren ein eigenes Schiff zu holen. Das Leben für mich an Bord als Schiffsführer mit der Besatzung ist ein sehr schönes Leben. Sehr sozial hier auch an Bord, sehr gemeinschaftlich und wir arbeiten gemeinsam, zusammen zu essen, zu leben, zu kochen, die Freizeit auch zusammen zu genießen, wenn das Schiff mal liegt. Also es ist sehr angenehm. Ich habe jahrelang selbst gefahren und möchte das, was ich erfahren habe, auf den Schiffen weitergeben an die Leute, die für uns draußen arbeiten. Das Ziel der Räderadalmer und die Vision der Räderadalmer ist es, qualitativ hochwertige Transporte durchzuführen mit motivierten Mitarbeitern an Bord und auch an Land. Mit unseren flachen Hierarchien und unserer langjährigen Erfahrung in der Binnenschifffahrt sind wir in der Lage, auch spezielle Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Das geht hin bis zum Neubau oder Umbau eines bestehenden Schiffes. Das Team der Räderadalmer lebt die Binnenschifffahrt. Das Team der Räderadalmer. Die Binnenschifffahrt. Untertitelung des ZDF, 2020